Glauben Sie, dass zum Beruf des Organisten oder Orgelbauers gehört, gläubiger Kirchgänger zu sein? Oder ist das ganz unabhängig voneinander? Ich glaube an die Orgel. Ich glaube an die Wichtigkeit der Orgel, die Botschaft der Orgel. Ich glaube daran, dass in jeder Zeit die Gesellschaft immer einen Orgeltyp auch verlangt hat, der ihre eigenen Bedürfnisse ausgedrückt hat, der ihr zur Seite gestanden ist.